Hey Leute, ich bin's wieder, euer Virtual Riot und heute zeige ich euch, wie ihr die Trophäe 4-Fach-Kill oder den Erfolg 4-Fach-Kill in Far Cry 4 ziemlich leicht bekommt. Dafür müsst ihr einfach nur einen Raketenwerfer bei den Handelsposten kaufen, die findet ihr an jeder Schnellreise. Und dort kauft ihr einfach einen Raketenwerfer oder einen Granatwerfer, das ist ziemlich egal. Oder ihr könnt es, wenn ihr wollt, auch mit C4 machen, nur das ist halt etwas schwieriger. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr zu einem Außenposten und ballert einfach wie wild rum oder erschießt ein paar Leute, das ist eigentlich egal. Hauptsache ist einfach, dass der Außenposten Alarm gibt und Verstärkung ruft, das ist eigentlich das Wichtigste. Ihr könnt es auch so wie ich machen, ich gehe jetzt einfach erstmal ganz normal dahin und markiere die Leute, damit die mich nicht überraschen. Und fange dann halt so langsam an, die Leute zu töten, damit die mir nicht gleich im Weg stehen, wenn die Verstärkung kommt. Und das Wichtigste, also was halt auch noch gut ist, am besten nehmt ihr einfach keinen Schalldämpfer, weil dann sehen die euch halt viel schneller und das ist einfacher. Aber ich habe es jetzt anders gemacht, ich habe einfach erstmal so ein paar Lautlose rumgebracht und jetzt fange ich an einfach wie wild um mich zu schießen und die umzubringen. Und jetzt seht ihr es, dadurch, dass ich keinen Schalldämpfer benutze, rufen die jetzt Verstärkung. Hier kann man es jetzt sehen, jetzt haben sie die Verstärkung gerufen und wenn der Balken leer ist, dann ist die angekommen. Und am besten macht ihr es einfach so, dass ihr die schon mal ausschaltet, weil wenn die zwei Autos gleich kommen, dann ist es ziemlich schwierig, die anderen noch im Auge zu behalten. Bei mir sind sie jetzt schon alle tot und jetzt kommen nämlich die Autos an, also von links kommen sie jetzt. Und da ist es jetzt wichtig, nicht direkt auf das erste Auto zu ballern, weil das erste Auto hat ein Geschütz obendrauf und da passen halt nur drei Leute rein. Und ins nächste, da sitzen die vier Leute drin. Also einfach drauf schießen und ihr kriegt den Erfolg, also das ist echt nicht schwierig. Ich habe ihn bekommen, nur es wurde halt nicht angezeigt, weil ich über die Playstation aufnehme, aber ihr habt es ja links oben gesehen, bei mir stand Multikill. Ihr könnt es selber ausprobieren und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.